Salsa und so Zeug. Du kannst Salsa tanzen? Ja. Wow. Das wird viele Frauen jetzt begeistern an dieser Stelle. Nee, aber ich hatte in der Sendung mal Patti Jones, die ist 81 und die hat mich kurz danach stehen lassen für einen Jüngeren. Und das erinnert mich daran, dass Tanzen ist wirklich eines der absolut besten Dinge, die man tun kann, um in der Birne lebendig zu bleiben. Gegen Alzheimer gibt es keinen besseren Schutz als Tanzen. Also Kreuzvertretung ist nichts dagegen. Warum? Warum? Weil das viel anspruchsvoller ist, in Anführungsstrichen, gerade für uns Jungs. Du musst ja wissen, wo sind meine Füße, wo sind die Füße von der Frau. Das wusste ich ja schon früher nicht im Tanzkurs. Ja, deswegen ist es für uns so ein tolles Jogging, in Anführungsstrichen. Und du hast Musik dabei, du hast Freude dabei und deswegen mach einen Tanzkurs. Das ist echt das Beste, was du tun kannst.